Hallo liebe T4-Bastelbus-Gemeinde! Schön, dass ihr wieder da seid und zuschaut. Heute machen wir wieder mit der Schlafbox weiter und heute geht es um ein Fenster von der Firma Cargbest und das ganze hat mir zur Verfügung gestellt die Firma Munich Camper. Noch einmal vielen vielen Dank dazu und wie wir das Ding jetzt verbauen, nach dem Intro. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das Fenster hätte eigentlich in die Route verbaut werden sollen, aber es kam mir dann doch ein bisschen zu klein vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich dazu entschlossen, das in die Schlafbox einzubauen. Vom Einbau her ist es im Prinzip dasselbe, ob wir es jetzt in einem Bus einbauen oder ob wir es jetzt in einen Anhänger einbauen oder wo auch immer. Die Vorgehensweise ist im Prinzip immer die gleiche. Wir haben jetzt hier ein Ausstellfenster von der Firma Cargbest und zwar das RW-Eco habe ich genommen, mit einer getönten Glasscheibe. Ich habe mich bewusst für Echtglas entschieden und nicht dieses Acryl, einfach weil ich vielleicht damit erhoffe, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Stabilität bzw. ein bisschen mehr Wohnfeeling da drin habe. Also keine Ahnung warum ich mich für ein Echtglas entschieden habe. Es ist halt einfach Echtglas. Und ja preislich ist natürlich auch nicht schlecht. Das Fenster hat die Größe 500 x 300, hat einen Ausstellwinkel von maximal 70 Grad. Aber das sehen wir jetzt dann, wenn es verbaut ist. Es ist ja nur ein Rollo und ein Moskitonetzrahmen ist noch mit dabei, den man dann nur verbauen kann. Aber dazu später. Ich würde sagen, das Loch ist ja Gott sei Dank da schon drin. Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Klehen wir es einfach einmal rein. Dann werden wir einen Innenrahmen bauen müssen. Und dann können wir mal das Moskitonetz mit dem Rahmen verbauen. Dann weiß ich es eigentlich schon gewesen. Ja, E-Zeichen natürlich für die, die etwas wieder interessiert. Was sagt der TÜV dazu? Ja, der TÜV weiß ich gar nicht. Was sagt der TÜV dazu? Sagt es ihr mir doch einmal, was der TÜV dazu sagt, wenn man sich eine Schlafbox baut. Und wenn man sich jetzt ein Fenster einbaut. Ich gehe einmal ganz stark davon aus, dass der TÜV dazu sagt, Alter, das ist ein Anhänger. Da hast du jetzt einen Koffer im Prinzip da hinten dran und das war es. Also das ist jetzt einmal meine Meinung. Ich habe noch nicht gefragt, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich war mit diesem Projekt noch nicht beim TÜV. Ich habe lediglich einmal die Anfrage gemacht, wie es ausschaut mit einer Verlängerung von dem Hänger, ob das möglich ist. Hat er gesagt, das ist im Prinzip kein Problem. Daher ich eine V-Deichsel habe und die V-Deichsel ist Rahmen integriert. Also kann man das machen. Bei einer T-Deichsel, also das heißt, wenn man nur dieses Rohr hat und vorne diese Anhängerkupplung dran, da schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus von der Zulassung her. Aber wie gesagt, ein V-Deichsel, wenn ihr habt, also das heißt, wenn euer Deichsel vorne so zugeht und dann da die Anhängerkupplung drauf ist oder dieses Zugmaul, dann ist das kein Problem. Das dürft ihr einmal anbohren. Macht keinen Schweizer Käse draus, weil da könnt ihr sagen, so geht es nicht. Aber da ist das im Prinzip ein bisschen einfacher zu handhaben, wie wenn du einfach nur eine Stange nach vorne hast und da die Anhängerkupplung drauf ist. Also, wie gesagt, klärt es vorher mit eurem TÜV ab. Ich habe jetzt, was an Aufbau, Anbau oder Umbau von der Schlafbox her geht, noch gar nichts angefragt. Die lassen mich jetzt einfach überraschen. Aber das ist heute nicht Thema. Heute bauen wir das Fenster ein. Und los geht's. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Fenster, weil der Hänger neigt gerne dazu, mal nach hinten zum Kippen, habe ich mir hier so Stützen besorgt. Und die machen wir jetzt einmal schnell hin. Einfach aus Stabilitätsgründen. Die können wir jetzt im Prinzip da so hochfahren. Und dann festmachen. Und dann sind die schön fest. Und wenn man es dann benötigt, macht man einfach aus. Lasst das Ganze ein bisschen nach unten. Und schraubt das dann wieder zu. Und dann kann der nicht mehr nach hinten wegkippen. Was jetzt vielleicht hier ganz von Vorteil ist. Ich mache das noch auf der anderen Seite drüben und dann geht's los. Vorgänzend. So. Packen wir es einmal schnell aus. Da ist noch ein bisschen Befestigungsmaterial mit dabei. Das sind so kleine Klipser und so weiter. Was wir jetzt aber nicht brauchen. Und hier haben wir das eigentliche Fenster. So. Schaut so aus. Schwarz getönt. Vor innen haben wir die Öffnerriegel. Und zwar drei Stück an der Zahl. Und hier außen haben wir diesen Kleberand. Das Ganze wird eigentlich im Prinzip nur eingeklebt vorerst einmal. Und dann sollte er das eigentlich halten. Ich arbeite hier mit 12 mm OSB-Platten. Und hier der Einbauerrahmen hier von dem Fenster. Der ist um einiges breiter als 12 mm. Ich glaube der hat 28 mm. Das heißt es war noch innen drin Luft. Also müssen wir das Ganze ein bisschen mit einem Behelfsrahmen aufdoppeln. Ich mache jetzt mal das Fenster von innen rein. Damit ihr seht es um was das da genau geht. Nehmen wir uns einen Meterstab mit. Und dann geht es einmal los. Und zwar haben wir folgendes. Das Fenster kommt ja so rein. Also von der anderen Seite natürlich. Und jetzt würde das da überstehen. Wenn man es sieht. Und das sind jetzt 15 mm haben wir jetzt da Luft. Das heißt ich müsste jetzt einen Behelfsrahmen schaffen. Der da rum geht. Dass wir das was wir da haben aufdoppeln. Damit später das Fliegengitter was wir da rein machen. Einen ordentlichen Sitz hat. Und genau das würde ich sagen. Machen wir jetzt. Schneiden wir uns an der Tischkreissäg. Ja so 15 mm Hälzel. Schneiden wir uns jetzt her. Und dann kleben wir die außen sauber auf. Machen wir einen schönen Rahmen außen rum. Und dann kann es schon los gehen. Ja. 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 protestiert. Ja. Ja. Putin hat. Ja. kasiers konkret. Ja. So, wir haben jetzt natürlich alles hergeschnitten. So die ganzen Lacken, verschrauben wir das jetzt einmal von innen, das mache ich jetzt auch und dann hole ich euch einmal mit rein. Um dem Ganzen noch ein bisschen Stabilität zu geben, mache ich eins, zwei Tupfer von dem Sicker drauf, also muss jetzt nicht brutal fehl sein, damit ihr euch beim Montieren erstens nicht verrutscht und zweitens, dass ihr die nötige Haltbarkeit drauf habt. So schaut es das Ganze mal vor innen aus. Dieser Behelfsrahmen. Diese Schrauben, die ihr da seht, die kommen nachher wieder raus. Die sind jetzt eigentlich nur da, um den Rahmen zu fixieren, bis diese Sicker anzung ist. Aber im Großen und Ganzen ist das das Ding. Wir haben jetzt hier für 4 cm Leisten entschieden, damit der Rahmen nachher auch ordentlich drauf passt. Und ja, das Ganze wird dann grauchstrichert oder vielleicht wird sogar gefilzt. Mal jetzt einmal schauen, wie ich es mache, wie ich halt lustig bin. Genau. Im Prinzip, wenn der Rahmen jetzt so weit fest ist, können wir hier an den Außenrahmen, also wie man hier sieht, haben wir da so ein cm, ja so eine Art Innenrahmen. Da können wir jetzt einen Kleber aufbringen, da verwende ich wieder einen Sicker dafür. Und dann sind da so Bleche dabei und so Blechschrauben. Damit wird dann der Fensterrahmen bzw. das Fenster selber von innen an unseren Behelfsrahmen verschraubt. Das ist jetzt allein ein bisschen schwierig zu machen. Ich würde sagen, ich arbeite wieder vor und ich zeige euch dann mit dem Anschluss, wie das ausschauen soll. Bis gleich. Schöne 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 Das war's für heute. Dann schaut bitte drauf, dass ihr das Fenster richtig rum rein habt, also mit den Klammern bzw. mit den Öffnern nach unten. So, nehmen wir uns jetzt den ganzen Spaß. Dann kommt uns das so hier. Der Kurt ist jetzt dazu da, dass man das Fenster quasi nicht rausfällt. Schaut ganz gut aus und dann gehe ich rein und schraube es von innen nochmal um. So. Ich schaue euch das von innen aus. Jetzt sieht man hier diese Klammern. Da ist hier im Fenster schon so ein Rahmen, so ein Falz. Da passen die Blechschrauben super gut rein. Und dann drückt ihr eigentlich die Bleche nur noch dagegen. Ich habe das jetzt an ein paar Seiten, also oben und unten zwei. Links und rechts jeweils eine Klammer eingeschraubt. Ich muss sagen, es hebt Bombe. Im Prinzip ist das Fenster jetzt eigentlich auch schon fest. Man kann es jetzt auch schon auf und zu machen. Man kann es fixieren. Man kann es in drei verschiedene Positionen kommen und stellen. Aber das ist jetzt eigentlich schon mal der Grundeinbau von diesem Fenster. Wie gesagt, ich lasse jetzt den Rahmen noch ein bisschen trocknen, weil ich nachher auch die Schrammel rausnehmen möchte. Und dann montieren wir noch diesen Verdunkelungs- und Fliegengitterrahmen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt haben wir natürlich noch ein Bauteil von dem Fenster. Und das ist dieser Rahmen. Bei dem Rahmen habe ich folgende Features. Ich habe jetzt hier oben ein Fliegengitter, das unten schön mit Magnet abschließt. Und ich habe, wenn ich es hochziehe, entweder eine Verdunkelung oder ich kann variieren. Fliegengitter mit Verdunkelung. So. Oder eben komplett verdunkeln. Ja. Finde ich ziemlich cool. Brauchst nicht mehr extra umeinander bauen mit irgendwelchen Magneten, Fliegengitter oder sonstige anderweitige Konstruktionen. Hier hast du alles schön in einem. Und schaut auch noch sauber aus. Ja. Der Rahmen trockt jetzt ein bisschen auf, ist klar. Schaut jetzt im Anhänger vielleicht nicht so hundertprozentig geil aus. Aber wie gesagt, innen drin passiert auch noch ein bisschen was. Und den schrauben wir jetzt halt im Prinzip auch wieder genauso ans Fensterroh an diese vorgefertigte Sicke mit vier Schrauben. Schrauben sind dabei. Und wir haben hier noch so Abdeckkappen dann für nachher. Hier für außen. Dass man das, ja dass man die Konstruktion da einfach nicht sieht. Dazu wieder das gleiche wie vorher. Ich gehe schnell rein, baue das ganze hin und zeige euch dann wie das ganze ausschaut. So, Filmen wieder auf engstem Raum. So, wenn man es da unten reinschaut, dann sieht man hier eine Schraube. Und das habe ich bei allen vier Ecken. Und da kann man den Rahmen wunderbar mit anschrauben. Und ganz zum Schluss sind da so Blindkappen dabei. Hoppala. Und die Kappen, die kommen dann da einfach so drauf. Was jetzt wahrscheinlich wieder mit einer Hand wahrscheinlich wieder ein bisschen schwierig ist. Aber, genau. Und klack. Und dann war es das. Und dann schaut das jetzt im Prinzip herin so aus. Also du kommst da wunderbar hin, um die Fenster zu öffnen, das Fenster zum schließen. Du hast jetzt hier deine Jalousien. Du hast hier dein Fliegengitter. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Und der Einbau, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt halt wirklich nicht so schwer. Also das lässt sich jetzt wirklich auch alleine ganz gut einbauen. Wie man sieht, hier zum Beispiel, hat man an den vier Ecken, kann man jetzt halt nur mal diese selbst schneidenden Blechschrauben mit in den Fensterrahmen einziehen. Und dem Ganzen vielleicht noch mal ein bisschen mehr Druck zu geben. Ich habe es jetzt herausnehmen lassen. Also ich finde es jetzt nicht für nötig, dass ich da jetzt auch noch Schrauben reinjage. Es ist wie gesagt, es ist, es ist wirklich rompenfest. Also das kann ich in der Regel eigentlich nicht mehr weg. Ja, Fliegen geht da zu, Fenster auf. Und dann kann ich da herinnern mal ein Nachtverbringer, ohne dass man vielleicht ein Stocher wird. Habe ich auch hier in meiner Dachluke, habe ich auch ein Fliegennetz drinnen. Ja, also ist schon von Vorteil, ehrlich sagen. Und schon ist das Fenster drin. Also ich muss sagen, es ist nicht schwer, das Ding einzubauen. Auch wenn es da mal allein ist. Ihr habt jetzt gesehen, nehmt euch einen Spanngurt oder irgendwas zur Hilfe, dass euch das Fenster nicht rauskippt. Wenn ihr es von Ihnen anschraubt, gut, mit dem Filmen ist es immer so eine Sache, wenn man allein ist. Aber ja, es hat jetzt auch ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, wenn man mal ein Fenster einbaut, beziehungsweise in eine gerade Fläche und mal nicht in eine Kfz. Genau. Auch optisch muss ich sagen, ich finde das ziemlich cool. Der Kontrast mit dem Schwarz wieder zu dem Fee-Grau macht wieder was her. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Dankeschön geht nochmal an Munich Camper, die mir dieses Video hier ermöglicht haben. Die haben mir dieses Fenster gesponsert. Wie gesagt, eigentlich wäre es für die Route gedacht gewesen. Aber ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich es jetzt hier einbaue. Noch einmal vielen, vielen Dank. Wie geht es weiter? Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber ich denke mal, wir arbeiten uns jetzt einmal so Richtung Elektrik. Es soll ja eine Solaranlage verbaut werden. Da habe ich mit einem so einem 50 Watt Pendel oder 100 Watt Pendel, habe ich da mal so geliebäugelt. Mal schauen. Ja, einen MPPT Laderegler dazu. Und ja, ich warte halt immer nur auf meine Batterie. Es soll ein Lithium-Eisenphosphat werden. Eine kleine mit 20 oder 40 Ampere. Solltet vollkommen ausreichen. Die solltet jetzt auch die nächsten Tage mal kommen. Und dann glaube ich, beginne ich mal mit der Elektrik. Zumindest einmal grob installieren. Mal reinlegen. Ein kleiner Gerätekasten da drin bauen, der zugleich dann auch noch Stauraum werden soll. Aber wie gesagt, da habe ich mir jetzt noch keinen großen Gedanken dazu gemacht. Kommt demnächst. Ja, jetzt hat mich natürlich der ein oder andere gefragt, warum baue ich mich eigentlich jetzt so eine Schlafbox, wenn ich doch einen Bus habe, in dem ich drin schlafen kann. Ja, das ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Ich habe dann noch so eine Tochter, die jetzt dann 18 wird. Und die dann zu mir gesagt hat, ja, und wenn sie dann groß ist, dann nimmt sie die Route und fährt dann nach Dänemark. Und finde ich super, dass sie nach Dänemark fahren möchte. Und auch, dass es eigenständig ein bisschen so Richtung Camping geht. Also finde ich ganz toll. Nur hat der Satz einen Fehler. Sie nimmt die Route. Ihr versteht es, oder? Also muss eine Alternative her. Also gibt es einen Kleinwagen mit Anhängerkupplung. Und dann kann sie ihren Schlafwagen nehmen. Und dann kann sie da hinfahren, wohin sie will. Und ist trotzdem autark und kann einmal so ins Camperleben einschnuppern. Vielleicht einmal auf das eine oder andere Festival fahren. Genau für das soll der Hänger sein. Und dann kann sie sich austoben und ich muss die Route nicht verleihen. Okay. Also nicht, dass es ihre nicht geben dauert, gell. Aber, hm. Ja, ihr wisst ja. Es ist immer schwierig. Autos fahren Leute mir so ungern. Hm. Nein. Wir schweifen ab. Okay. Also, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es innen weiter. Ein bisschen Elektrik haben wir. Ja. Ja. Und ansonsten. Ja. Ich wünsche euch noch was. Macht es gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Und bis dahin. Alles Gute und Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.